Aber arbeitet aus dem Handgelenk. Eine weitere Übung wäre, so ein Wattefäustchen zu machen, ohne großen Druck und diese Bewegung 1, 2, 3, 4 nach oben, nach außen, nach innen, nach unten so zu machen und dabei die Hand im Prinzip zu ignorieren. Wenn ihr euch das nochmal von vorne anguckt, dann seht ihr vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, es ist mehr so etwas wie eine Acht, statt eines echten Kreises vom Handgelenk ausgedacht.